okay leute killer 7 wir haben viel zusammen durchlebt und durchlitten jetzt ist es soweit ohne große vorrede ich will mich aber nicht ewig wiederholen habe ich wahrscheinlich oft genug getan schon geht es jetzt mit sieben meilen stiefeln richtung großes finale von killer wird sich alles erklären wird sich gar nichts erklären diese tür ist uns immer noch verschlossen also führt uns der weg wie immer weg von den schreien nach draußen ja wir haben könig union hotel genau der ort an dem wir nicht mehr gehen sollten der blutige kampf im hotel union der letzte auftrag alter spieler ok ah i hope you had a pleasant day sir enjoy your stay diese szene kennen wir noch sehr gut hier und fleck hier starb jemand und ich glaube die ersten von euch haben jetzt schon eine idee wer das gerade gewesen sein könnte ok also ich glaube das brauchen wir jetzt nicht unbedingt ok 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 Ein Blutfleck. Ja, wir sehen jetzt, wie die Killer-Servoren umgebracht wurden. Einer nach dem anderen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Tja, jetzt natürlich die große Frage, von wem? Wer war der Killer? Und ich glaube, auch hier hat der eine oder andere von euch jetzt gerade vielleicht schon eine böse Vermutung. Irgendjemand ist einfach durch die Stockwerke gezogen, hat systematisch einfach mal noch von ihnen kalt gemacht. Entschuldigung? Das war's für heute. Boah, irgendwie so ohne Gegner mit dieser Musik ist es echt eigentlich noch unheimlicher als beim ersten Mal vorhin. Natürlich auch nicht so stressig, aber angenehm geht anders. Oh! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Triff dich mit ihnen oben 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 So, you must be the one they call the bloody heartland You're here to kill the smiths, is that it? Rule of thumb Don't set your goals too high What do you want? Who do you want, huh? You Okay, yeah, now we have seen it in the flashback Wir waren es Wir waren offenbar der Killer Der Killer, der Killer7 Aber warum? So, siebter Stock Okay, vielleicht noch ein letztes Mal abspeichern Mal was sind die ne? Da steht da noch einer Oh, schon wieder Milz. Oh, schon wieder Milz. Oh, schon wieder. Wir treffen uns mit ihm. Und was denkt ihr? Wer sitzt da jetzt? Wer sitzt da? Ja, ich bin Harman Smith. Ich bin der Mann, du hast in deinem Pass. Du erinnerst den incidenten, der sechs Menschen in dieser Hotel wurden? Du musst es sehen, du selbst. Because you were the killer. The assassin, Amir Parkreiner, was the ace of aces. Who would have thought the killer was a mere 13-year-old? It was a deliberate crime, targeted toward the Smith Alliance. It consisted of seven members, but the leader wasn't included in the seven. Later investigations found his dead body inside a safe of a school. The investigative unit called them the killer seven. But the whole affair was never made public. Not because this was an aberration from society, but because it involved national security issues. Unfortunately, a curse brought upon you by old tradition. You, Amir, are an assassin controlled by the government. Someone is watching your every move. From the second when I first took you in on the roof. You were one of the very few assassins with class. But you were out of control. Still, there was something venerable about you. Then it occurred to me. You were no longer a mortal being. Within you, ever so quietly, evil had opened its eyes. You were out of control, evil had opened its eyes. Also, there it was a» one another point. Halle or temphoria? It's called Halle. A forbidden room. isto is about one of those... ...or... What took you so long? Nice view, isn't it? It's different. Time here is warped. To finish this game peacefully is my last wish. Guess that won't happen. We've been interrupted again. Has another come to surface? Hmm. A sight for sore eyes. Haven't seen you around for a long time. Come in. Please. Okay, hätten wir das auch geklärt. Alter. Ich bin fixin, Alter. Ähm... Da steht ein junger Schwarzer mit drei Augen, der wir vielleicht selbst sind. Noch Fragen? Da zuckt er nur mir in den Schultern. Oh. Oh. Oh, 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 oh. No, it wasn't me. It can't be. It's all a misunderstanding. It's all a misunderstanding. It's all a misunderstanding. Mein Hirn ist letztendlich voll des Gras vorgedankt und völlig leer. Eins gebe ich euch noch mit auf den Weg. Bleib dran. Bis zum nächsten Mal. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin mir über die Konsequenzen jetzt nicht im Klaren. Das war's für heute. Puh, ab in den Keller. Na, wer rennt uns denn da davon? Stehen bleiben, du kleiner Wicht. Alter, was ist das für ein Keller? Oh, ich kann nicht mit ihm sprechen. Ich bin online. Das war's für heute. Ah! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben gerade Japan verlichtet. Wir haben gerade Japan verlichtet. Wir haben heute eine Geschichte interpretiert. Vielleicht kriegt ihr es zusammen. Möglicherweise seid ihr weitaus klüger als ich und versteht, worum es geht. Aber ich bin absolut überfragt. Ich raffe das alles von hinten bis vorne nicht. Deswegen bitte schreibt mir eine Mail mit euren Interpretationsversuchen. Ach, ich sag einfach gar nicht mehr. Ich freue mich und bedanke mich sehr, dass ihr dabei wart die ganze Zeit. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß. Und als kleine Motivation vielleicht, da habe ich noch ein kurzes Video für euch mit einigen Fragen. So und für heute Nacht bin ich raus. Danke, bis zum nächsten Mal. Danke, bis zum nächsten Mal. You're awake from your nightmare. Carmen, the world won't change. All it does is turn. Now, let's dance. W Danke so much for playing my game.